so hallo und herzlich willkommen zu einem oder meinem ersten Let's Play und wir spielen zusammen Angel Simulator ja wir starten auch gleich mal wollen sie wirklich ihre Punkte löschen ok ich hab jetzt keine Ahnung wie das geht also schmiss mal die Option an was gibt's hier? Spielgeschwindigkeit laut Stück ja und wir haben hier jetzt noch eine Auswahl von verschiedenen Szenarien zum jeden ok das sieht aus wie in Florida irgendwo in den Bergen ist das wie ein Baggersee was ist das denn? naja egal im Nordpolarmeer ja das sieht echt komisch aus ich denke wir bleiben hier bei uns langsam und das war glaub ich das dritte ja das ist sowas gibt's hier noch shop aktuelle Punkte nächste Stufe bei 54 Punkten und dann werden wir ähm das ist gar kein naja ok nur noch die Statistik nein andere Ausmerk ok jetzt mal um die Steuerung ok ok nur dann hä achso das muss man halten und duuuu ich weiß jetzt nicht ob man das krass ob man das jetzt mit der rechten Maustaste oder ah ja er hat da hat er noch angebissen und jetzt müssen wir das das grüne Teil da in der Mitte halten sonst beißt er wieder ab los 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 komm her Fisch komm her nein ja ja und wir haben was haben wir denn was ist das denn keine Ahnung ne natürlich nehmen wir den schicken doch als kein okay ich denke wir sind jetzt mal nach da ich oa 6,6 Meter habt ihr das gesehen schöner die Landschaft da hinten der Wunder schöne Wasserfall und sowas wunderschön gemacht hier wollen das Wasser und überhaupt da wo kein Hamis und sowas aber wo jetzt hat er einen angebissen und jetzt dürfen wir ihn wieder sekundenlang ranziehen oa habt ihr das gesehen? wunderschön was ist das? das sieht irgendwie aus wie diese komischen Fische in 2000 Meter Tiefe mit den Leuchtkugeln vorne dran mit diesem komischen Auge naja klar nehmen wir den so ganz weit nach da hinten loooos wer es scheint dass er wenn man ganz weit wirft immer nur bei 6,6 Metern ist und jetzt hat er einen angebissen weiß nicht ob das später jetzt noch schwieriger wird oder so aber keine ahnung ähm das ist glaube ich das ist glaube ich das ist irgendwie vor um was ähm nein das ist eindeutig nicht nehmen wir auch können wir uns jetzt schon was leisten? hä? ich verstehe es nicht warum bekommen wir diesen blöden Punkte denn? na egal und so werfen wo ist die Angel? ich sehe die Angel nicht kann man das jetzt noch bewegen? ja kann man aber ich sehe die blöde Angel nicht hallo da unten ist klar gell? hängen sie doch gleich wenn irgendwo hin ah das geht nicht also man muss voll rauswerfen so so ich sehe das Untertitelung des ZDF, 2020